So leicht läuft die Geschichte. Cool, oder? What's up guys, Mutt hier. Willkommen zum neuen Video. Okay, okay, nee, nee, nee. Willkommen zu einem neuen Video. Schaut euch mal meinen Hintergrund an. Und in der Mitte eine Datei, extrem wichtig. Die liegt hier nicht ohne Grund. Ich klicke da nämlich gerne und oft drauf in letzter Zeit. Ja, wie kommt man zu dieser Datei? Okay, ich hatte hier im vorletzten Video meine Dockerfile vorgestellt. Und das ist eigentlich, eigentlich verbiegt sich dahinter eine neue, kleinere, bessere Dockerfile. Und zwar Dockerfile.Rust. Moment, das war die alte, noch basierend auf dem BaseImage Node. Und die neue, die ist hier, Dockerfile Rust. Alternative Dockerfile with Rust as BaseImage works with IOTA Wallet Package. Funktioniert sogar auch mit der neuesten Version RC.12. Und ja, ich zeige euch, wie das jetzt klappt. Wie das jetzt geht mit dieser Datei. Laden wir einfach mal runter. Wir löschen die nicht. Nein, nein, nein. Ich habe die Datei oft und habe auch eben schon was falsch gemacht. Wir haben einen Clearing hier mal. So, und jetzt haben wir hier die Docker, Docker Rust Datei. Und hier steht, wie man die nutzen kann. Und genau das gehen wir jetzt einfach durch. How one can use this? Wir sind one, ne? One man, ihr wisst schon. Build. Wie kann man die nutzen? Minus File. Dockerfile.Rust. Und dann den Namen Redesigned Small Footprint Awesome Wallet RS Runner. Und das ist natürlich die Latest. Und dann noch den Punkt. Oh Gott, ich hoffe, ich möchte das nicht nochmal eingeben. Kopieren wir lieber mal. Während das hier buildet, erstellt wird. Also, diesmal basiert das Ganze auf Rust, nicht mehr auf Node. Und es hat trotzdem funktioniert. Natürlich, weil jetzt das Base Image Rust ist, müssen wir jetzt im nächsten Schritt dann Node installieren. Weil die zwei Sachen brauchen wir eben, damit das funktioniert. Und noch den Kram hier. Ja, mit Codespaces ging es schneller. Im letzten Video schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr sofort anfangen wollt, innerhalb von GitHub, dann empfehle ich euch Codespaces. Ihr habt da auch ein freies Kontingent. Ich mag es so lieber, weil ich auch so mit, wenn ich das lokal habe, das besser deployen kann. Ich weiß, wie ich das dann auf den Server kriege. Ich glaube zu wissen, ja. Und bei Codespaces habe ich da jetzt noch nicht genau so den Plan. Also, man bleibt da vielleicht auch mehr so in dem Microsoft- oder GitHub-Umfiltern hängen. Vielleicht. So. Es lädt ja dann doch schon länger. Wieso wird das eigentlich neu installiert? Und... Ach so. Genau. Hm. Oh, wir sind fertig. Ja. Und was jetzt anders ist als zu dem Docker-File hier. Hier wird ja Package.json und so weiter rüber kopiert. Und das dann auch installiert, was im Package.json ist. Also, add iota-bollet. Das haben wir hier nicht. So. Und ich zeige euch jetzt genau so, wie ich das eben zum Laufen gebracht habe. Und halt auch jetzt ständig benutze. Also, jetzt machen wir Docker-Run. Und wir machen das nicht im Detached-Mode. Also, dass es im Hintergrund läuft. Sondern wir bringen das jetzt zum Laufen. Und jetzt geben wir hier nochmal diesen Namen an. Enter und es läuft. So, jetzt läuft der Container. Ich gehe jetzt rüber in Docker. So, Docker. Da läuft noch andere Kram an der Datenbank. Und das ist auch leider was Tragisches. Da kommen wir irgendwann mal zum Frontend. Ja, also gerade kümmern wir uns hier um wallet.es. Das wird ein Container. Dann habe ich da meine Datenbank. Und dann habe ich noch ein Backend. Datenbank Backend. Das nennen wir einfach mal meine Softstock-Applikation, die ich über die Jahre gebaut habe. Und das Frontend, das machen wir dann noch zusammen. Genau. Und beim Frontend, da hänge ich aktuell so ein bisschen. Das ist jetzt hier Set Swanson. Das ist unser neues Docker.Rust-Image, was gerade zum Laufen gebracht wurde und so zum Container wurde. Und jetzt... Ja gut, das habe ich euch damit gezeigt. Und jetzt gehen wir hier auf eine Extension. Und zwar Docker Extension müsste es sein. Kann man sich ganz einfach installieren hier über Extensions. Da heißt es entweder Docker oder es heißt Container. Ich nehme jetzt mal an, das ist jetzt hier Docker. Genau. So, und hier sehen wir dann unsere Container. Und das haben wir gerade zum Laufen gebracht. Ich bin jetzt in dem Container drin. Ja. Hier ist der ganze Kram installiert. Und was heißt der ganze Kram? Also Node ist hier installiert und Rust sowieso. So, und jetzt kann ich hier rechtsklick machen und Attach Visual Studio Code. Opening Remote. Und was mir gerade einfällt, ich habe, glaube ich, meine... Das mache ich wieder rückgängig. Moment mal, hier habe ich auch einen Shortcut jetzt für den Window-Wechsel. Und zwar... Ich will einfach rein zoomen. Geht das nicht mehr? Steuerung plus oder so? Ja, genau. Das ist einfach videofreundlicher für euch. Dann sieht man das besser. So, wir sind jetzt in einem Container. Genau, das ist das Krasse. Jetzt habe ich hier... Ich könnte jetzt hier einen Ordner öffnen, so wie hier. Sind wir auch im Root. Und dann sind wir da und können anfangen zu programmieren. Was ich aber gemacht habe, ich bin hier auf Clone Repository gegangen. Und dann habe ich mir von GitHub, da habe ich quasi ein neues Repository erstellt. Können wir hier theoretisch auch machen. Komm, wir machen es einmal completo. Tutti completo. Das darf ich nichts falsch machen. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Ich mache jetzt einfach mal Wallet-RS-Video. Wir machen das Private. Wir machen... Gitignore könnten vielleicht Node wählen. Create Repository. So, jetzt ist es erstellt. Hoffentlich ist das jetzt up to date. Machen wir einfach mal Multifolio. Schrägstrich. Oh, der ist Video, da ist es schon. So, und dann OK. Cloning Git Repository, ja, es ist leer. Open. Boom. Geht die Knorr von eben. So, und jetzt können wir hier eigentlich zurückgehen und die Package-Tasen-Datei einmal kopieren. Hier einfügen. Dann machen wir uns hier ein Terminal. Dann können wir jetzt hier npm install machen. Ja, das können wir eigentlich alles so lassen. Start, OK, Index-Datei können wir uns noch kopieren. Wieso geht mein Shotcut nicht? So, kopieren wir uns hier auch noch rein. So, npm install. So, was wird jetzt installiert? Iota Wallet. Ah, scheiße, scheiße, abbrechen, abbrechen. Boom. Nehmen wir die neueste Version. npm install. Und vor allem, ihr seht schon, dass es hier grün ist. Das heißt, das Ganze wird jetzt... Wie sage ich das, ohne mich zu plamieren? Das wird jetzt quasi getrackt. Das ist jetzt ein Git-Repository. Also, wir können das gleich hochladen auf GitHub. Und so spare ich mir den ganzen Volume-Gedöns. Weil ich ja ursprünglich auch gesagt habe, wir arbeiten nur mit Volumes und so weiter. Aber brauche ich hier nicht unbedingt. Vor allem geht das, was ich hier erstelle, nicht verloren. Auch wenn ich den Container schließe und stoppe und meinen Rechner ausmache. Es wird trotzdem auch nach dem erneuten Hochfahren und Öffnen werden meine Dateien da sein. Und zur Not habe ich eben das dann immer noch bei GitHub, wenn ich den Kram dann hochlade. Hier dauert es dann doch schon ein bisschen länger. Lasst euch davon aber nicht irren. Das sollte klappen. Node-Modules-Ordner ist schon erstellt worden. Und das ist cool. Wir sind hier in diesem Redesign Small Footprint Awesome Wallet-As-Runner Container. Ja, es dauert. Warum dauert das so lange? Aber wenn wir uns erinnern, beim Docker-File, beim Docker-Bild-Vorgang hat es auch lange gedauert. My Camera. Ich höre meine Kamera, wie das Objektiv scharf stellt. Multi-Fokus. Multi-Fokus. Oh, coole Name. Tja. Es dauert länger. Wir können uns ja schon mal Gedanken machen, wenn das installiert ist. Können wir dann hier den Kram ausführen. Was ist denn hier? Dort irgendwie ist hier auch... Brauchen wir hier wieder eine In-V-Datei. Der ganze Kram. Immer... Wir hängen eigentlich immer noch... Ich führe immer den gleichen Code aus. Das ist ein bisschen langweilig. Aber das wird sich ändern. Im nächsten Video dann. Immer diese Installationskacke. Ich kann es jetzt auch langsam nicht mehr sehen. Ich will jetzt auch die nächsten Schritte gehen. Es wird Zeit, dass hier das Paket installiert wird. In dem Fall. Ah, dazu wollte ich aber... Ups. Ja, meine V-Taste. Meine V-Taste klemmt. Dazu wollte ich eigentlich auch noch ein Video machen. Und zwar, was braucht man in dieser En-V-Datei überhaupt? Man braucht eigentlich nur das Stronghold-Passwort. Was heißt eigentlich? Eigentlich heißt, es wäre schon gut... Macht hier bitte... Macht hier was Random-Mäßiges. Nicht so wie ich gerade. Es wäre schon gut, wenn wir hier doch so ein Menomic-Passwort hätten. Das schreibe ich auch ein. Und dann wollte ich noch erklären, was es damit auf sich hat. Weil früher hatten wir diese Seeds, diese 81-Zeichen-langen Strings oder Zeichenketten. Die wurden eigentlich nicht komplett ersetzt. Und zwar hat man jetzt eben diese 24 Wörter für den Endnutzer. So Leute wie du und ich. Wir schauen gerade das Video. Nicht für irgendwelche Programme-Maschinen-Bots. Die ursprüngliche IOTA-Vision. Für uns sind diese 24 Wörter einfach sicherer. Weil wir dann uns nicht so leicht vertippen können. Weil die Wörter immer noch Sinn ergeben sollten. Und wenn sie keinen Sinn ergeben, dann ist klar, dann haben wir uns vertippt. Aber diese 24 Wörter, die werden dann nochmal konvertiert in diese 81-Zeichen-langen Seeds. Also under the hood gibt es immer noch diese 81-Zeichen-langen Seeds. So. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte. Wir brauchen diese 24 Wörter hier. Brauchen wir die? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir machen jetzt hier einfach mal A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da ist unser Passwort. Das ist jetzt installiert worden. Wir führen jetzt einfach die Index-Datei aus. Vor allem, wir haben jetzt hier die neueste Version von IOTA-Wallet. Und wir machen jetzt NPM-Node. Ach Quatsch. NPM-Start. Er ist schon spät. Was will denn der denn schon wieder? Dort irgendwie liegt doch da. Ah, der will hier schon die Minomic-Gedance. Das will der hier schon haben. Gut, haben wir das hier? Haben wir doch. Haben wir. Haben wir. So. Aha. Wieder löschen. Account-Database. Wieso heißt das eigentlich Account? Habe ich das so genannt? Ja, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Account-Database. Multi. Multi-Database. Und wenn ihr hier aufs RealNet wollt, aufs echte Schimmer-Netzwerk, hört mir auf mit diesem Testnetz vom Staging-Netzwerk und Beta und dieses und jenes, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Real OGs, die sind auf dem, zumindest mal auf dem Schimmer-Mainnet unterwegs. So. Und jetzt haben wir hier eine Adresse und ja, das funktioniert. Also das heißt, um hier diesen Kram auszuführen, das heißt aber eigentlich, eigentlich wollen wir das gar nicht machen. Dazu mache ich dann nochmal ein Video, weil das dann doch schon verwirrend ist. Bevor ich das Video beende, stopp, 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 was ich jetzt gemacht habe, jetzt kann ich quasi, alles was ich hier gemacht habe, zu GitHub pushen, git add, git commit, dann eine Message, ja, erstes Update oder so, ja. Und dann git push, komm schon, komm schon, komm schon, fertig. Und jetzt haben wir den Kram auf GitHub. Und das hat funktioniert. Das, was wir gerade gemacht haben, ist bei GitHub. So, und jetzt gehe ich hin und drücke Stauchen S. Ne, nicht Stauchen S. Gehe jetzt hier auf Save Workspace S. Und jetzt suche ich mir erstmal meinen schönen Schreibtisch und speichere mir das da. Und dann haben wir hier diese Datei. Du gehst mal zur Seite. So. Und was wir jetzt machen können, wir machen hier mal zu, wenn ich übrigens Exit mache, okay, ich hoffe, das ist nicht verwirrend, aber wir hatten ja diesen, wir hatten Docker Run interaktiv mäßig hier den Container gestartet, damit er uns nicht ausgeht. So, dann mache ich jetzt Exit. Wenn ich jetzt wieder zum anderen Fenster gehe, ja, Exit heißt, der Container wurde beendet, dann können wir uns auch nicht mehr auf den Container hier draufschalten. So, das ist vorbei. Jetzt machen wir das von mir aus auch so gerade mal zu hier. Das heißt, stellt euch vor, nichts läuft. Ihr habt nur diese Datei. Okay. Und jetzt klicken wir die aber an und dann merkt ihr, ja, der Container, der läuft nicht. Soll ich ihn starten? Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, den Container zu starten. Ja, das heißt, wenn wir hier nochmal uns das anschauen, jetzt läuft er hier wieder. Den können wir übrigens auch unbenennen. Set Swanson läuft und hier läuft alles. Wir können hier NPM Start machen und unser Code ausführen und es funktioniert so leicht. Läuft die Geschichte. Cool, oder? Das ist also mein aktueller Workflow, wenn es um Wallet.es, äh, um mein Wallet.es Service geht. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen dann doch interessant für euch, meine Iota-Entwicklungsumgebung oder Schimmer-Entwicklungsumgebung. Falls ihr irgendwelche Tipps habt oder Anregungen, Verbesserungsvorschläge, lasst es mich wissen. Ein Like würde mich natürlich auch freuen und ein Kommentar. Ja, wie geht es jetzt weiter? Es kommen jetzt zwei Videos, da geht es jetzt nicht direkt ums Entwickeln, aber dann habe ich wieder, also auf alle Fälle Iota und Schimmer-Related. Ja, und danach geht es dann auch weiter mit Coding und so weiter. Wir wollen ja vorankommen mit dem Frontend dann. Das macht mir aktuell beide das Problem. Aber das kriegen wir schon im Griff. Dafür sind wir ja da. Wir wollen ja hier endlich mal was auf die Beine stellen. Ach ja, und dann hat mich noch ein Zuschauer gefragt, ob ich ein Video mache zu einer Mikrotransaktion, wie das denn jetzt funktioniert, wie smooth läuft das ab. Ich hatte das getwittert. Zeige ich euch. Kommt. Peace out. Malte.